Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir machen auf dem Schiff, halt und ich habe endlich diesen blöden Weg gefunden. Lang genug hat es gedauert, vorher bin ich immer dort unten gescheitert, bei dem komischen, keine Ahnung was das sein soll, bei dem komischen Dampf dort unten. Und, ah, jetzt kann man aber den Schatz hier looten, ich denke mal, dass das... Unterstützungs-Kernkristall, okay, das schauen wir uns alles später mal an. Dann würde ich sagen, ich mache das Bildmachtgerät an und... Wir können hier aber nichts machen, ich komme noch da gar nicht rüber. Jetzt haben wir gar keinen anderen Weg eigentlich, oder? Wollte mal schauen. Klingen. Resonieren. Ich hätte ja, glaube ich, einen Kernkristall, oder? Aber kann ich denn... Komm, wir machen mal ein Kristall, machen wir mal. Ja, komm, machen wir mal. Drei habe ich ja schon, aber ich will nicht alle verballern, weil ich nicht weiß, was wir mal auf die anderen Charaktere alles machen können. Mal. Das war's für heute. Ihr sitzt so. Jetzt werde ich dich beschützen. Ok. Elektro-Element. Puh. Machen wir mal. Ich weiß nicht, ist der gut oder ist der nicht gut? Gesamtstärke 9. Ich hebe mal auf. So, wir machen weiter, würde ich sagen. So, und jetzt schauen wir doch mal, wo wir jetzt hier hin müssen. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe deine Attitüte. Das ist schon ein bisschen schon umgefallen. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ok, die haben wir da. Aber wie komme ich denn da oben durch? Die müssen dort oben hin. Ich denke mal, dass sie irgendwie an so einem Rad hier liegt. Irgendwie... Ah, hier ist eine Tür! Maaan! Sag mal lieber nichts. Okay. Okay. Gut, dann hätten wir das auch. Weißt du was, ich nehme jetzt die andere, ich nehme jetzt Pyra. Ich glaube, dass es einfach besser ist. Okay, bring it on. Okay, bring it on. Don't forget me! Meh! Thank you can take me! Meh, meh, meh! Don't forget me! Thank you can take me! Attentions are in tune, right? Thank you can take me! Don't forget me! Don't forget me! Thank you can take me! You took the spinning egg! You took the spinning egg! You took the spinning egg! And the wind for sure! My thoughts exactly! I'm overzil Wow! Weld has many amazing glitches in it! Okay we have a списet. Hold on, take a bite! May we go outside or stay away? comment will we sort on you with the willing? Es muss sich die Schuhe geben. Ja, 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 ja. Das war's für heute! Das ist ein Schuss! Oh! Oh! Warum nicht? Wir haben eine gute Team gemacht. Gehen wir uns noch ein bisschen mehr. Gehen wir uns noch ein bisschen mehr. Gehen wir uns noch ein bisschen mehr. Oh Prozent Euro und zu spüren Kinder ist vielleicht Ich... äh... Pyra? Oh, ist der Splitter. Machen wir mal. Die anderen haben nichts. Hier müssen wir mal schauen, dass wir dir ein Schild zulegen. Ich... äh... Das ist von den anderen da, ja? Nee, da brauchen wir da nix. Nein, das ist der Ort. Wer sind Sie? Sie sind die Terrorist-Frienden. Wir sind sie, aber ich werde sie nicht sagen, sie ein Terrorist. Watch yourself, Rix. Ihr seid fertig. All right, Tori. Don't forget me. Danke, du kannst du mich nehmen. Ihr seid fertig. Ah, ein Mist. Danke, du kannst du mich nehmen. Ihr seid fertig. Mhm, danke. Das war's für heute. Leiffischer ist gehofft. Jen? Jen? You all right, Nia? Rex, you... My lady, apologies for my late arrival. Don't mention it. I didn't think anyone was coming at all. As if we'd leave you. Always help those who help you. That's the second rule of the Salvages' Code. Well, that's you all already there. Rex, Rex! Tora has found escape route! Hurry, hurry! Anopon? He has been of some assistance. We made a new friend. Uh, nice to meet you. Well, I think we've overstayed our welcome here. Time to get moving. Okay, the members have changed. The members have changed. Tips for Abenteuer. Jetzt, da du Nia befreit hast, ist es an der Zeit, die ein strategisch wichtiges Element des Spiels zu erklären. Die Rollen der Klingen und die Klassen der Meister. Jede Klinge ist eine Rolle angeboren. Angriff, Heilen oder Abwehr. Pirate zum Beispiel die Rolle Angriff und Domach die Rolle Heilen. Okay. Die Rollen seiner Klingenpartner bestimmen den Kampfstil eines Meisters und somit seiner Klasse. Je nach Zusammenstellung der Rollen ergibt sich eine Vielzahl von Klassen. Manche offensiv, manche defensiv. Jede Klasse verleiht spezielle Effekte. Ob du bei der Auswahl deiner Klingenpartner einfach deine Lieblingsklingen auswirkst oder auf besondere Stärken, starke Klasseneffekte abwirkst, ist dir überlassen. Normale Klingen können die Rolle nicht wechseln. Aber Popi ist als Künstlerklinge eine Ausnahme. Sie kann die Rolle in ihrem Wartungsmini Popifikation ändern. Neue Rollenprozessoren für Popi werden im Spielautomaten Tiger Tiger als Preis ausgegeben. So, das war jetzt mal alles zu Rollen und Klassen. Jetzt so schnell wie möglich raus hier. Du hast den ersten Sicherheitsschlüssel erhalten. Okay, dann schauen wir doch mal wo wir jetzt hier rauskommen. Wir scheinen jetzt zum Hangar zu gehen. Da finden wir bestimmt auch einen Ausgang. Und dann nun? Tor fest verschlossen, bewegt sich kein Stück. Sieht selbst für Popi zu stabil aus. Verdammt, wir waren fast draußen. Text, sieh mal da drüben. Okay. Wo könnte das der Scheiter für die Tür für das Tor hier sein? Was? In Anbetracht der mangelnden Alternativen sollten wir diese Umgebung noch prüfen. Sollte er das Tor tatsächlich öffnen, wäre dies unsere Chance durch den Hangar zu entkommen. Wo stehen wir hier noch rum? Sieht so aus, als müssten wir erst noch mal hier raus, um einen Weg nach oben zu suchen. Die könnte Popi gleich hoch fliegen eigentlich. hier müssen wir entscheiden noch mal hier raus wir lassen hier ist noch los Sie sind alle meine. Sie sind alle. Was ist das? Es ist eine Leitende, die Frag von St. 3. St. 2. St. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bist du? Das ist das? Das war's für heute. Was ist das? Ich bin nicht gut. Was kann ich dir nicht für ein paar Zeit? Das ist das, was ich hier für. Hier lang. Morgen! Lass uns den Tag mit einem neuen Vigern bemerken! Da hinten kommen wir aber nicht hoch. Jetzt sagen wir können hier erstmal alles. Jetzt müssen wir hier lang gehen. Okay, das ist der Heim. Hier ist Onyx. Wir kommen wieder hoch. Ist es abgeschlossen? Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich bin hier durch den Fasch und hoffentlich mal, dass wir da hochkommen. Alles klar. So. Da ist ein Weg. Da ist eine Part. Wie gehen wir hier lang? Okay. 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 Hey. Hey. You can take me. Hey. 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 Easy peasy, easy peasy. Sollen wir hier den Aufräumen? Zaevin? Ich wenn's ihr mehr? Sollen wir hier, die gehen. Sechschen oder? St skip für payment. Seitdem, Alter. Sie sano sind! Das war's für heute. Lief die Sonne. Du bist alle meine. Ich habe die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Oh Ja 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 Das ist ja am Lisebolts zeigt an, dass hier ein Harmoniegespräch, dass du hier ein Harmoniegespräch führen kannst. Die Militär sind sehr wichtig um die Bindung zu deinen Gefährten zu vertiefen. Du kannst das Symbol überall in Ardorist entdecken. Die Militär können nur mit der richtigen Gruppe zur richtigen Zeit geführt werden. Zieh dir das Symbol an um die Voraussetzungen zu erfahren. Wenn du Arminusgespräche führst, steigt das Vertrauen der Beteiligten stark an. Also nutze sie um die Bindung in deine Gruppe zu festigen. Rexx, let's go! Beheb! 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 Easy peasy. I could have taken them all on. Okay. The inside of a Titan battleship is way different from a Monoceros, eh? What is Monoceros? Rex, you saw it, right? Morderapea back in Gouldmuth. Gin & Co's Black Boat. Ah, that really impressive one. It runs without being hooked up to a Titan, right? I know expert, but yeah, looked like it. Sound awesome! Tora wants to see too! You won't get the chance. Unless we see those Tornor guys again. Meh, 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 meh. Tora, change mind. Masterpond, change mind. I drop a cat. Well, the Monoceros was pretty sweet, but this is nothing to scoff at either. For sure. It's full of things I've never seen before. Well, that's because this vessel is result of latest breakthroughs in our Danian tech. Regular folk never so much as set foot on board. You say breakthroughs and technology, but what you mean is salvage stuff, right? Um, not exclusively. I see lots of homegrown improvements as well. Like this, see? Whatever they've stuffed in here, it's been messed with so much. I can't tell what it was to start with. That control panel, it transmits signal to Titan nerves. By running cables to different parts of Titan from here, can control signal flow much more better. What? That's amazing. And this cable itself have 2.4 times the speed and 12 times the capacity in previous iteration. In other words, it's on whole other level to stuff other countries use. So if they put this in a smaller Titan vessel, it would work even better. Think on! Correct! He seemed to be having fun, but it's all gibberish. Poppy, what do you think? Okay, no, I don't go there. That's not even so bad. Oh, really? Poppy have access to much varied information. Considering interests of Masterpon, technology info is especially rich. So for Poppy is not issue following conversation in question. Moreover, if necessary, Poppy could outpeak Masterpon if Poppy tried. Right, okay. I'm sorry I adopted you. No worry, Nia. Poppy can also hold conversation on favorite 5 dishes of Nia. You're too kind. I should point out though, it's not bugs I like, but... Okay. Poppy, apologize. Poppy, update her database now. Masterpon not always fastidious in data entry, so mistake Tora? Tora? I like bags now, don't you? Meme. Tora suddenly feel very unsafe. Rex, Rex, we should move on. We stay here, something bad, banter. Black war. No time to waste. We go. Okay, so was haben wir nie gespräch, oder was? Haben wir nie gespräch, alienische Technologie geführt. Ah, okay. Bist du wieder hier? Is there a few more? Yeah. Bist du wieder? 3 3 4 5 5 jetzt so jetzt machen wir die Schaltkasten hier an ich gehe in die Brückenstörung super der hätte ich ja auch runterspringen können aber ok dann haben wir den Weg nach oben wieder falls wir ihn brauchen so und jetzt schauen wir nochmal ob die Konsole jetzt geht ok sie funktioniert sehr schön so 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 Es ist immer besser, wenn Meister mit Abwehrklassen die Wut der Gegner auf sich lenkt. Im Moment ist Tora die perfekte Wutmagnet. Dann können auch Meister mit Angreiferklassen dem Gegner in Ruhe Schaden zu finden. Momentan sollte sich Rex auf den Angriff konzentrieren, der auf Abwehr spezialisiert. Der Abwehrspezialistermeister zieht also die Wut auf sich, nur vom Heiler geheilt. Der Angreifer fügt dem Gegner möglichst viel Schaden zu. Das ist ein Grunde des Wut-Systems und der Klassen der meisten. Damit beides im Kopffeld soll sich die Dackel schlagen können. Der Tora hat... ...die Atom! Der Tora ist auch an der Zeit, dass du über die Siegel-Effekte und Klingel-Kombos bescheid weißt. Wenn du eine Kling-Kombo bis zu Stufe 3 vorstest, kannst du einen der Kombo-Huten angezeigten Siegel-Effekte erzielen. Der letzte Spezial-Effekt wird bestimmt, welcher Spezial-Effekt aktiv ist. Der Siegel-Feld hält so lange an, dass der Gegner ein anderer Siegel-Effekt zugefügt wird. Siegel-Effekte können dir einen gewaltigen Vorteil verschaffen, also solltest du immer versuchen, Kling-Kombo zu Stufe 3 vorzusetzen. Aber Vorsicht! Gegner, die mit einem Kling-Kombo der Stufe 3 getroffen werden, entwickeln eine Resistenz gegen das eingesetzte Element, alles klar. Wenn du den Gegner mit dem selben Element wie mit dem Element-Kling-Kombo an wirst du ihm nur Kling in Schaden zu füllen. Anders sagt, wenn du mehrmals mit der gleichen Kombo-Huten angreist, verursachst du weniger Schaden. Merk dir das, es ist sehr wichtig, die Hute deiner Kling-Kombos zu variieren. Ok. Ok. Soll es gut, eine Blade kann regenerieren von jeder Angelegenheit, wobei wenn ich sterbe, meine Blades zurückkommt. So ist es okay, dass sie als eine lebende Klingel-Kombo? Ihr Wieser! Selbst wenn sie regenerieren können, das nicht, dass Blades nicht so fühlen. Ha ha ha! How cute! Die Fleabag denkt, sie sollte sich um Blades zu fühlen. Ha ha ha! I wonder, ob du dich fühlen kann? Du bist nicht schleifst. Kannst du mich nicht aus? Es läuft! Tell deinen Mutern, dannst du die Ahnung. Die ne, es ist gut. Ich hab dir was. Nein, es ist gut! Ich geh, das face zu deinem Lägen. Okay, du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin bereit. Jetzt noch mal die Tora. Ich bin hier! Bitte, das zu Tora! Tora wird es tun! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Das ist jetzt hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Das war's. Ja! What would you have to do? Spin it! Double! Show them! Right out! Right out! Bullseye! Double spinning edge! Stone! Break! See you! Go! No! Ha! Backs with me! Back! Oh! Bullseye! Party! Oh! 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 Bullseye! Let's go! Gotcha! Spin it! Yeah! Cut off! Oh! Oh! Okay! Here we go! Rex! I'm with you! Burning! Sword! Great! Napata! How? Hey! No! Double spinning edge! Yeah! Yeah! Hey! No! Yeah! 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 It's a great thing! Here you go! Oh! Of course! My dog is definitely in your game! Oh! Oh! Was ist das, Sascha? Das ist eine Verwaltung. Das ist eine Verwaltung. Eine Verwaltung? Also, sie werden dich nicht wirklich auszückeln? Nein, Zeit! Sprech später, Rex, Rex! Wir sollten uns zu schlafen! Masterpahn ist richtig. Die Chance der Anführung ist sehr hoch. Wir machen uns die Verwaltung. Wir gehen aus der Stadt wäre ein gutes Start. Die Verwaltung ist ein gutes Start. Ich bin ein gutes Start. Ich bin ein gutes Start. Alles in einem Schlafen. Oh, jetzt ist der Meister und die Klinge da. Inquisitor Morang of Morardane, the most powerful driver in the Empire, and wielder of Brigid, the most powerful blade. So together they're like ultra powerful. It looks like they were waiting for us. Yes, indeed. I did feel like we got away a little too easily. I don't know why I expected Diggle to slow you down at all. It was you, right? You're the one who spread the rumor that I was going to be executed, just to lure Rex and the others here. You catch on quickly. Yes, you certainly proved useful. However, Rex and Pyra are the real price. Not quite. The Emerald Core Crystal is the sign of the Aegis. If that blade is indeed the Aegis, then there's something I must do. What do you mean? The power to sunder all rest itself. I cannot allow that to happen again. Pyra destroyed the world. Don't be so stupid. You mean you didn't know? Five hundred years ago, during the Aegis War. The Aegis sank three continents to the Cloud Sea's bed. Three Titans destroyed? I speak not but historical fact. I'm on to you. You want to use Pyra as some kind of weapon. We're not going to let you do that. That is precisely the kind of scenario that I mean to prevent. And what if we resist? Then I will have to restrain you by force. In that case, I'll make this nice and clear. You. Will. Never. Take her! Can't show it up, will you? Then let's see if you have the strength to back up those words, boy. Put your fist put forward, Riggs. You put your feet up over there. All right, Gramps? Yes! No, no, God. No, no, no. Thanks for the support. Ha! Spinner! This one just missed. Sure, it'll be fine. We can turn it around. My dead body. Buster! My dead body. Angster shot! He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-He! Why not? You can scare the chance against us now. Thanks for the support! With the power of friendship! Don't, I wasn't planning on losing anything! It's in the bag. Tori can do it! It's in the bag! Let's just make use of it now. Hooray! Anchor shot! Ha! Reads! Good! Good! Ha! 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 Go! Anchor! Woo! Okay. 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 Out. You're not gonna get it. Go. Ready. So. Great. We need to go. Come to the land. Go. Spilling. Go. 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 Das war's für heute. Okay, hier we go! Rexx, I'm with you! 30, soar! Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Thanks. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Hey, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kapitel 2, Bis zum nächsten Mal. Ich bin sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.